Hallo, mein Name ist Kevin Korani. Heute bin ich Ihr Reiterführer. Wir werden heute zu der Skaligari gehen, denn dort ist die kleine Kiki St. Mata la Antita aus dem 8. Jahrhundert, die sich über einen beeindruckenden Friedhof der Familie Skaligari erstreckt. Die gottesten... Entschuldigung! Die gottesten Agies Skaligari der Dynastie aus dem 14. Jahrhundert. Damals, als ich in Brasilien war, gab es leider noch keine Skaligari Skaligari. Dann kam ein Fußball-Sichter. Ich habe mit ihm geschlafen, weil er es von mir verlangt hatte. Jetzt bin ich nach Europa gekommen, nach Salke. Dort sind alle Agies. Aber der Felix Magath hat zu mir gesagt, ich wäre ein sehr erfolgreicher und talentierter Fußballspieler. Leider musste ich dafür einen Blausdopf für ihn erledigen. Nachdem ich dies getan hatte, wurde ich einfach ein sehr, sehr guter Spieler in Stuttgart. Wie man ja sieht, ich bin sehr erfolgreich und habe auch in der Nationalmannschaft meine Erfolge gefeiert. Leider hat Joachim Löw, der Oralsex von mir, nicht so gut gefallen. Deswegen hat er mich auf die Tribüne gesetzt, um mit ihm darüber nachzudenken, warum ich denn so Oralsex versessen wäre. Er wollte lieber Analgeneral gerufen werden. Durch diesen kleinen Zwischenfall hatte ich aber leider einen Anruf von Uli Hoeneß, der gesagt hat, Kevin kommt zu mir nach Hause. Dann bin ich auf dem Stadion abgehauen, weil der Joachim mich auch gar nicht mehr angeguckt hat. Dann, ja, dann kam der Uli da. Der Uli war sehr zärtlich zu mir. Er hat mich gestreichelt und hat gesagt, ich wäre seine Lieblings-Currywurst. Leider hat mir das nicht so gut gefallen, weil der Uli war einfach ein sehr sexistischer und nicht einfacher Mensch. Weil er wollte dafür 10 Millionen Euro bezahlen und ich wusste gar nicht, warum mit dem Geld. Ja, das ist meine Leidensgesichte. Jetzt sitze ich hier und erzähle euch als Reiseführer, was ich hier mit meinem Geld mache. Ich sitze hier in der Italien-Fetz. Ich werde heute mein Absichtspiel haben. Dort habe ich ein ganzes Stadion jetzt für mich alleine, weil keiner einen kleinen armen Abi wie mich angucken möchte. Ich muss leider mal schauen, womit ich jetzt mein Lebensunterhalt verdienen möchte, denn die 10 Millionen Euro habe ich in sämtlichen italienischen Edelpuffs für mehr als Sex aufgegeben. Leider hatte ich damals in Brasilien auch eine kleine Gefühle, weil meine Mama mir bei einem Zungenkuss mir die Zunge abgebissen hatte. Jetzt habe ich kleine Probleme mit dem R zu rollen, weil ich in Sibirien auch war. Da war sehr kalt. Da ist mir der Rest der Zunge abgefroren. Mein kleiner Bart, den habe ich bekommen, weil der Magath gesagt hat, es würde ihn schön kratzen dort unten, als ich ihn oral befriedigt habe. Das war sehr schön, als er zu mir sagte. Denn ich habe dort gemerkt, dass ich endlich auch mal akzeptiert werde, wenn ich etwas für meine Körperhygiene tue. Denn damals in Brasilien war Körperhygiene nicht so, so wichtig. Wir haben eher darauf geachtet, unseren Zwiebelwitz zu behalten und immer etwas zu essen zu bekommen. Ja, schönen Tag noch. Guten Tag, mein Name ist Kevin Korani und ich habe wieder nichts zu tun, um meine Eier zu befummeln.